Gops, aufgestanden wird. Wir brauchen also zwei Stunden, dafür müssen wir sich allmählich ins Laufen kommen. Hm, der Joker. Vielleicht noch ein bisschen, äh, ohne Toilette auftragen für meine Kollegen. Das ist ziemlich vertreten zu können. Ist ja da immer. Die tragen so einfach mal mit dem Leben ein. So, das ist ein Freund Franz. Der kommt immer als Letzte, der kommt erst kurz vor der Abreise. Bis zum Brötchen mit Gurke und Tomate und das war's dann. Der schläft bis acht. Der lässt sich mehr Zeit. Und, und, näher ran an die Sache. Wir versuchen nämlich hier diese Seitenmarkierung schön ins Bild einzufügen, weil Vordergrund macht Bild gesund. Die können in die falsche Richtung fahren, oder? Gibt's ja nicht. Und, um vier gute Fahraufnahmen hinzubringen, die wirklich was hermachen, kann man auf jeden Fall einen Tag vertreten. Und, um ein bisschen. Ich bierze jetzt. Ich bierze jetzt. Ich bierze jetzt. Und dann kommen wir her. Ach Gott, geht noch. Unbekannt im Schatten, seiner Großartigkeit. Alles so schön so aus. Das ist beeindruckend groß. So ein Ding jetzt. Ich fahre jeden Tag mit dem Hanno Mack hinaus. Ich fahre jeden Tag mit dem Hanno Mack hinaus. Ich bin im vierten Stock. Ich treffe uns gleich. Zumindest einen Anfang. Ich bin wieder Haribo. Trottifrutti wäre vielleicht nicht so schlecht. Da bricht sich die Hand an. Nein, Kindheitstraum war es nicht. Aber wo ich da jetzt reingeschnuppert habe, Spaß macht das schon. Also wenn du mit Leuten gerne umgänglich bist, dann macht das Spaß. Gute Nacht. Gute Nacht. Alles jetzt.